Ich lerne Deutsch. Nummer 2078 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Manche halten mich für übermütig, aber ich weiß, was ich kann. Ich beherrsche mein Fahrrad in jeder Situation. Hier sind die Unterlagen, die ich vorbereitet habe. Wir sollten die Punkte einzeln durchgehen. Hier sind die Unterlagen, die ich vorbereitet habe. Wir sollten die Punkte einzeln durchgehen. Wir sollten die Punkte einzeln durchgehen. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. Jetzt muss die Wäsche trocken sein. Jetzt muss die Wäsche trocken sein. Kannst du sie von der Wäscheleine nehmen? Meine Freunde wundern sich darüber, dass ich so am besten lesen kann. Meine Freunde wundern sich darüber, dass ich so am besten lesen kann. Meine Freunde wundern sich darüber, dass ich so am besten lesen kann. Die Sonne geht unter. Wir müssen zu den Stellen zurückkehren. An dieser Stelle meines Körpers habe ich zu viel Fett. Dagegen muss ich etwas tun. Dagegen muss ich etwas tun. Kommst du zu mir? Ich möchte dir etwas Schönes zeigen. Emma schaut traurig auf ihren Corona-Test. Sie muss in Quarantäne. Emma schaut traurig auf ihren Corona-Test. Sie muss in Quarantäne. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir trinken öfter gemeinsam aus einem Glas. Das stärkt auch unseren Zusammenhalt. Das stört mich nicht. Ich erkläre es gerne noch einmal mit anderen Worten. Ich muss dir unbedingt zeigen, was ich gerade im Internet gefunden habe. Heute Abend besuchen wir ein erstklassiges Vier-Sterne-Restaurant. Ich wusste nicht, dass wir vor dem Vorstellungsgespräch einen Fragebogen ausfüllen müssen. Das hast du gut gemacht. Dafür gibt es eine Belohnung. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Ich brauche morgens einen Proteinshake, um meine Muskeln aufzubauen. Hier fühlen wir uns wohl. Wir kommen jedes Jahr hierher. Hier können wir uns vom Alltag erholen. Hier fühlen wir uns wohl. Hier fühlen wir uns wohl. Wir kommen jedes Jahr hierher. Hier können wir uns vom Alltag erholen. Das ist mein Mittagessen für heute. Es schmeckt mir sehr gut. Das ist mein Mittagessen für heute. Es schmeckt mir sehr gut. Das Betreten dieser Räume während der Desinfektion ist strengstens verboten. Das Betreten dieser Räume während der Desinfektion ist strengstens verboten. Ich bin froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Das erspart mir lange Arbeitswege. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.